Ich hab' ich nicht verstanden. Ach du, du liebst mich! Ich kann mich befördern! Die IAV hat ihnen eine Beförderung zu ihrer tapferen und standhaften Entschlossheit im Kampf gegen den Schwarm angeboten. Titanenstern. This Metal will appear next to you named during Mission Prep. Warnung, dieser Vorgang setzt sich auf Level 1 zurück und sperrt jeden bereits freigeschaltende Ausrüstungsgegenstand erneut. Noch klar. Ist das denn so wie Prestige oder was? Ja, scheinbar. Jetzt hab' ich wieder No-Crab-Waffen. Super. Ich nehm' Muni mit. Nur wegen so nem tollen Sternchen. Ich hab' keine extra Sachen mehr. Ich nehm' Muni mit. Ihr könnt was anderes mitnehmen, weil ich hab' nix besonderes mehr. Ich hab' keine Gegenstände mehr. Und hier, Tretminen nehm' ich mit. Sonst hab' ich keine große Auswahl. Super. Nimm keine Sniper. Die war gestern, mein letztes Mal, war die doch voll Crap. Die ist nicht so geil. Die butzt zwar alles weg mit einem Schuss. Aber wenn du mal triffst, ne? Ja, genau. Nimm mal Trips. Das war auch Geschlechter-Schrotflitte. Ja, andere. Hab' ich nicht. Die eine... Hast du nicht unterstützendes Zeug so? Irgend... Na, ist egal. Was du willst. Nimm und dann... Ich hab' keinen Sarge. Deswegen... Ja, weil ich den ja habe, ne? Irgendjemand muss ja Techniker sein. Genau. So. Amt der nächste Oregeller. Ist jetzt irgendwas neben meinem Namen, oder was? Neben meinem Namen? Oder wo ist die Medaille? Wozu hab' ich das jetzt getan? Gerade im, äh, Menü, da hat man die, die Sternsfinder gesehen, neben deinem Haus. Ich hab' einen Schwanke. Na, sag' ich doch. So klingt so toll. Ja. Wie bei Modern Warfare hier. Bei Modern Warfare ist es genauso. Da wird auch alles gesetzt. Du kannst nix. Ich löch'löch'r schon wieder Rex da. Ich, das kann ich am besten, ey. Ja, irgendwie schon. Au! Ich beschwer' mich am Notizen, wenn ich geschlagen werde, das Leute. Äh, hier bräuchte einen hier. Das läuft schon mal. Bin schon dabei. Boah, macht die Schritte der Wuppenschaden hier? Äh, jetzt komm' ich wieder auf. Wie die Luft geht. Wie die Luft geht. Ach. Oh, komm. Hinter uns ist noch was. Das ist unterlegt. Ja, seht ihr ja unten auf der Mini-Karte. Also, guck' ich nicht drauf. Dann wüsst du es da hinten drauf, ja. Äh, hat jemand Schweißgeräte? Techniker ist geschehen, oder? Ja, ja. Ja, dann schweiß' uns den Raum zu. Dann ist das Verteidigen gleich leichter. Ich weiß' jetzt alle Türen zu, bevor wir anfangen, äh, zu verteidigen. Und ich leg' nochmal Muni hier hin. Oh, ne. So. Ich weiß auch hier zu. Oder kann man das überhaupt? Ne, sieht nicht so aus aus dem Fenster. Ja, dann mach' du mal und wir fangen an. Okay. So. Ja. Oh, was ist das, dass der so behindert rumrennt? Wie? Wie? Weil ich denk' gerade noch. Warum Rex hier im Kreis rennt. Die haben Fenster, kannst du nicht zuschweißen. Oh mein Gott, Gegner! Wo sind sie? Ja, ja, stell dich vor mich! Ich stand da ja schon ne Weile! Ja, ne, ist klar, du bist voll vor mich gerannt. Ich geh' da heute nur gerannt an! Nein! Ich bist besompt! Ich kann wieder weiter... Ich bin dann hellig nackt, bist du besompt! Bleib ruhig, denk'. Das ist unser Streit. Geht' dir gar nichts an, ja! Ja, dann mach' mal eine Tour auf den Weg. I'm gonna boot your ass! Komm, nee, komm, ja, okay! Au! Warte! Nein, fu** Ah! Oh, nee! Wie geil! Ja, nicht nur du! Warum fällt die Tür auf uns drauf, man? Oh, nee! Nicht, dass die Tür voll in die Fresse, ey! Gar nix. Lektor. Wir sind auch behind us! Der, ah, vereilt Enemies, appeared! Ah, guck mal, unterlieb'n. Nein! Nein! Jetzt nass! Jetzt nass! Jetzt nass! Was soll ich noch machen? Ja, überleben. Aber das ging ja wohl nicht. Du hast nur die Frostgranaten. Das ist blöd, dass du kein Medikid mit hast. Warum? Wenn ich meine Heilkanone hab? Ja, ja, aber wenn du stirbst, dann können wir nicht das Medikid aufheben, dass wir es benutzen können. Ah, dann nehm ich nächste Mal. Aber die Frostgranaten wären zum Beispiel für den cool. Ja. Ich hab Granatwerfen. Ides! Ides! Nimm mich damit zwar voll selbst um, aber ides! Ah! Ist auch vielleicht tot. Haben die denn alle her? Das sind keine Folgen mehr. Ah! 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 What the fuck? Ah! Nein! Da fehlt eine Sache. Der Medikid! Renn doch! Lauf einfach! So wie letztes Mal! Ah! Ah! Schnell ins Ziel! Nein, nicht da lang! Lief mal an! Nicht da lang! Lief mal an! Lief mal an! Lief mal an! Lauf, Paul! Lauf! Ah, nein! Der muss jetzt einfach vorbei landen! Oh Gott, das kommt dann nicht mehr. Er kann! Du kannst eigentlich nicht umbringen das. Das schaffst du nicht. Nix! Ja, er ist noch viel zu weit. Bei der Outer waren drei Riesenbieter, glaube ich, kommen, oder? War der nicht los? Ja, ich glaube, ein so'n dickes Biet kommt da auf jeden Fall. Ah! Der ist jetzt schon tot! Ist gerade erst losgelaufen! Ah, das war... Äh, ja! Fast gut! Fast! Hallo! Nur fast! Geringfügig! Ein bisschen! Da siehst du jetzt ein Sternchen da unten! Oh! Oh! Wiebel! Oh! Ich bin ja voll stolz auf mich und so! Und trotzdem hab ich ja meistens gekillt! Oh! Den stärksten Freundbeschuss! Ich bin ja immer wieder awesome! Dafür mit die wenigste Gesundheit! Und Munition? Na, mittelmäßig! Ich find's gut, dass ich so gut bin! So... Freundbeschusses! Was ist das denn für ein Krüppelgesicht? Oh, die Mac Sackschweiß hier!